Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen unsere Top 4 der besten Elektroautos für Kinder 2022 vorstelle. Los geht's! Auf Platz 4 haben wir das Vida XL 10093 Electric Kid Car with Remote Control gewählt. Dieses Modell hat zwei Vorwärts- und Rückwärtsgänge, die über ein Pedal gesteuert werden. Dies ermöglicht ein sanftes und sicheres Fahren. Dank seiner soliden Größe ist es sehr widerstandsfähig. Es ermöglicht die Förderung des räumlichen Vorstellungsvermögens, der Geschicklichkeit und der Feinmotorik des Kindes, die durch Fahren und Spaß aktiviert werden. Für eine optimale Sicherheit verfügt es über eine Fernbedienung, die es den Eltern ermöglicht, die Kontrolle über das Auto zu behalten und die Geschwindigkeit zu überwachen. Es wird mit einer wiederaufladbaren Batterie und einem Ladegerät geliefert. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 3 km pro Stunde bei einer maximalen Zuladung von 20 kg. Dieses Auto hat einen Motor mit einem Geräusch, das das Gefühl vermittelt, ein echtes Auto zu fahren. Es verfügt über eine angepasste Startfunktion, die ein unerwartetes Anfahren verhindert. Es ist recht leicht und kompakt, sodass Sie es leicht transportieren und in der Garage unterbringen können. Als weitere Vorsichtsmaßnahme sollten Sie Kinder unter 36 Monaten nicht damit fahren lassen. Es ist auch ratsam, dieses Auto nur in privaten Bereichen zu benutzen, um optimale Sicherheit zu gewährleisten. Der einzige Nachteil, den einige Nutzer anführen, ist, dass es nur eine Autonomie von etwa einer Stunde hat und 8-12 Stunden für eine vollständige Aufladung benötigt. Wie immer bei TopTech, wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften erfahren möchten und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, erhalten möchten, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos. Dort haben Sie alle klickbaren Links zu Ihrer Verfügung. Auf Platz 3 haben wir das Ririca Kinderelektroauto gewählt. Das Ririca Kinderelektroauto hat drei Geschwindigkeitsregler auf der Fernbedienung, mit denen Sie die Geschwindigkeit nach Bedarf einstellen können. Dadurch wird die Sicherheit Ihres Kindes auf jedem Terrain optimiert. Es verfügt über ein Musiksystem, das die Möglichkeit bietet, ein externes Gerät wie ein USB-Stick, eine SD-Karte usw. anzuschließen. So kann Ihr Kind die Musik seiner Wahl abspielen. Mit seinen Lichteffekten wird das Fahren noch realistischer. Es ist mit Stoßdämpfern ausgestattet, die ein sanftes und reibungsloses Anfahren und Fahren gewährleisten. Noch besser, es hat Sicherheitsgurte, die Ihr Kind vor Stürzen schützt. Er ist für eine perfekte Fahrt auf rauen und flachen Oberflächen ausgelegt. Es verfügt über ein digitales Messgerät, mit dem sich die Batterie leicht aufladen lässt. Mit seinen zwei Motoren und dem Hinterradantrieb wird das Fahren außerdem einfacher. Es verfügt über ein Gaspedal, das die Leistung des Motors sehr feinfühlig reguliert. Das beleuchtete Armaturenbrett verfügt über einen Ein-Ausschalter, um versehentliche Manipulationen zu verhindern. Auf Platz 2 haben wir das Mercedes Elektroauto für Kinder mit ATAA ML350 Batterie gewählt. Dieses Elektroauto für Kinder hat funktionierende LED-Lichter, Spiegel und Türen, die sich bequem öffnen lassen. Diese sind mit einem Blockiersystem ausgestattet, um ein unerwartetes Öffnen zu verhindern. Dieses Auto ist mit bequemen Sitzen mit Sicherheitsgurten für eine ideale Federung ausgestattet. Die Hupe verleiht ihm ein realistischeres Aussehen. Mit diesem Auto wird sich ihr Kind wie ein echter Autofahrer fühlen und dabei sicher sein. Abgesehen vom realistischen Fahrgefühl, das dieses Modell bietet, ist es auch mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, die das Fahrerlebnis noch intensiver machen. So kann über das interaktive Bedienfeld Musik abgespielt werden. Es verfügt über einen USB-Eingang und eine TF-Karte zur Wiedergabe von MP3-Dateien. Mit seinen zwei Motoren, die von einer 12-Volt-Batterie angetrieben werden, wird das Fahren sehr flüssig. Es ist kompakt genug, um es in ihrer Garage zu verstauen. Dieses Auto hebt sich von den anderen ab, dass eine Hülle über einen Abschleppgriff verfügt. So können sie sich im Falle einer entladenen Batterie leicht fortbewegen. Allerdings bietet es eine Autonomie von etwa anderthalb Stunden, die sich auf 40 Minuten reduziert, wenn alle Funktionen aktiviert sind. Daher müssen sie es 8 Stunden lang aufladen, um eine volle Ladung zu erhalten. Und ich erinnere sie daran, dass sie die besten Rabatte, die wir für sie im Internet gefunden haben, erhalten können, wenn sie auf die Links in der Beschreibung dieses Videos klicken. Auf Platz 1 haben wir das HOMCOM 4x4 Elektroauto für Kinder gewählt. Dieses Option ist mit einer Fülle von Optionen und Effekten ausgestattet, in diesem Fall mit funktionierenden LED-Scheinwerfern, 4 Projektoren, einer Hupe mit Sound und Lichteffekten. Darüber hinaus verfügt es über einen MP3-Multifunktionsplayer mit Radio, Bildschirm und USB-Schnittstelle, der für ein noch intensiveres Fahrerlebnis sorgt. Mit seinen vier Kunststoffrädern und einem Stoßdämpfer bietet er idealen Grip und ermöglicht es, Hindernisse abseits der Straße zu überwinden. Sein elegantes und charmantes Design wird ihr Kind nicht gleichgültig lassen. Es wird mit einer Fernbedienung geliefert, die es ihnen ermöglicht, die Kontrolle zu behalten. Dank seiner Größe und der verstellbaren Sicherheitsgurte an den Sitzen ist er äußerst bequem. Das Auto ist mit einer Starttaste und einem Bildschirm zur Anzeige des Batteriestands ausgestattet. Es bietet bis zu zwei Stunden Autonomie und unterstützt eine maximale Last von 30 kg für ein revolutionäres Fahrerlebnis. Der ergonomische Griff macht den Transport einfach. Mit seinem Qualitätsmotor ist die Leistung da. Die einsteuerbare Geschwindigkeit sorgt für zusätzliche Sicherheit. Sein einziges Problem ist, dass er nicht genug Platz bietet. Ich lade Sie nun ein zur Beschreibung dieses Videos zu gehen und auf die Links zu klicken, um alle vollständigen Spezifikationen und die besten Preise, die wir für Sie im Internet gefunden haben, zu erhalten. Wenn das Video Ihnen geholfen hat sich zu entscheiden, dann liken Sie das Video, das würde uns riesig freuen und abonnieren Sie den TopTech-Kanal, um mit den nächsten Videos auf dem Laufenden zu bleiben. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, das war TopTech. Ciao, ciao.